Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Heute gibt es mal wieder Highlights und zwar von der Solo Hide Night, die ich am Freitag gespielt habe. Wenn ihr solche Streams nicht verpassen wollt, wo ich Tournaments spiele oder wenn ihr generell keine Streams verpassen wollt, checkt doch gerne den ersten Link in der Videobeschreibung raus, dort kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal. Lasst dort natürlich gerne ein Follow da, dann verpasst ihr dort nichts, außerdem lasst ihr auf dem YouTube-Kanal ein Abo da und bewertet, kommentiert und teilt das Video. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. In dem Tournament habe ich es tatsächlich geschafft, nur Punkte zu holen durch Kills. Ich habe kein einziges Mal Place-In-Punkte bekommen, dementsprechende waren das am Ende dann auch nicht ganz so viele Punkte. Ich hoffe, euch gefällt auf jeden Fall das Video und jetzt viel Spaß mit den Highlights. Oh, Digga, wie ich den bekommen habe. Ich hatte nur eine SMG. Oh, Digga, wie ich bin. Ich habe einen Schluck, ich habe einen Schluck. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? No way! 30 HP hatte der! Oh, ehrenwerter Kill! Ich werde aber schon warten! Ich muss halt mit Stoff dagegenhalten! Ich werde nicht trunzen! Ich habe mein erstes Blue Shield jetzt gefunden, bin aber schon Full Shield! Ich habe noch einen Kill gemacht mit 30 HP! Also... Netzwerkverbindung abgebrochen! Das zählt jetzt als zweites Game! Nicht im Ebene! Ne! Eingehen! Ich habe schon mal einen Blase-Lake! Ich habe gerade noch davon geredet, dass ich Spaß an der Blow-Tag gar nicht... Ich bin komplett okay! Ich bin komplett okay! Flopper! Oh, Digga! Ich wurde gesniped! Oh, Digga! Oh, Digga! Oh, Digga! Oh! Ich hatte zuerst irgendwo einen Minimit... Da ist das mehr hier als letzteける... Oh.. Oh, Spaß! Aus einer geilen Kiste! Oh... Bei Dafa assault er auch NE 온イ! Flopper? Oder Eilig? Natürlich. Ah, nee, nee, nee. Oh, so ein akzeptabel und bereit. Du kennst das ja sicher. Oh, so geil bekommen. Oh, wahrscheinlich. Oh, das ist ja sicher. Er gibt mir 100 irgendwas. Das ist lächerlich. Weil er ist. 2,40. All zu gut steht ihm. Jägel. Das ist lächerlich. Und du hast es fleißen. Oh. Oh, schon. Ich bin einig. Und ich bin einig. Ja. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Alster, ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Bis zum nächsten Mal.